L'Oriot darf ohne Zweifel als der größte deutsche Humorist bezeichnet werden. Mit seinen feinsinnigen Sketchen, Filmen und Karikaturen brachte er ganze Generationen zum Lachen. Zum 100-jährigen Jubiläum von L'Oriot präsentieren wir Ihnen diese exklusive Jubiläumsedition aus Bronze mit dem Titel der Blumenkavalier. Sein Protagonist ist überaus auf Form und Konvention bedacht, aber offensichtlich ein liebenswürdiger Charakter mit der typischen Knollnase L'Oriots. Fast schüchtern wirkt der Mann in seinem feinen Anzug. Mit dem Hut in der einen und dem Blumenstrauß in der anderen Hand stellt er geradezu ein Sinnbild für Etikette und Höflichkeit dar. Doch wer L'Oriot kennt, kann sich denken, dass hier durchaus auch etwas feine Ironie im Spiel ist. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand ziseliert, poliert und patiniert. In einer limitierten Auflage von 980 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017